Hallo ihr Hübschen! Heute möchte ich euch einmal erzählen, was ich gerade für mich verändere an Glaubenssätzen oder an Sätzen, die mir durch meine Kindheit übertragen worden sind und die mich heute sogar noch begleiten. Warum auch immer, nicht warum auch immer, ich weiß ja warum. Also es geht darum, dass ich mir wurde sozusagen irgendwann mal das Lesen und Schreiben beigebracht. Natürlich auch in der Schule oder im Kindergarten und mein erstes Buch, was ich gerne gelesen habe oder besser gesagt auswendig konnte, war dieses schöne Buch. Das habe ich jetzt wieder gefunden durch den Keller und dieses Buch habe ich auswendig gekonnt irgendwann und ich war halt bei meinen Großeltern, besser gesagt bei meiner Oma, die mir sozusagen gesagt hat, les mir doch mal was aus deinem Buch vor. Und dann habe ich das oftmals gemacht, besser gesagt, ich habe immer die Seite, also von den Bildern her habe ich dann halt das, was ich schon auswendig konnte, dann immer so vorgelesen, also so getan, wie auch immer. Das, was ich dann so gemacht habe, auf jeden Fall fiel das erstmal lange Zeit nicht auf, dass ich einfach nicht lesen und schreiben konnte. So, außer dieses eine Buch. Irgendwann fiel es dann doch auf und dann kam dann halt so diese Nachhilfeunterricht oder nicht nur Nachhilfeunterricht, sondern auch diese Idee von meiner Oma. Ja, lese mir doch Kind diesen Artikel aus dieser Zeitung vor. Wenn du das dann geschafft hast, mein Kind, dann bekommst du diese Dose mit Pfennig geschenkt. Es ist dann deine Belohnung. Es ist dein Geld. Ich habe mir ja wenig dabei gedacht, aber irgendwann fand ich das nicht mehr ganz so lustig, weil ich habe ja, ich meine, ich habe diese Sache natürlich vorgelesen, aber egal welches Wort oder welche Wörter man sozusagen erstmal vorliest, man muss, also nicht man muss oder man kann und darf sie gerne auch verstehen. Und wenn man sie als Kind das erste Mal liest und weiß nicht, was soll man mit diesem einen oder anderen Wort anfangen, was vielleicht auch gerade mal neu ist, weil man gerade in der ersten oder zweiten Klasse ist oder dritten. Ich denke mal, das war die erste und zweite Klasse. Und ja, dieses Ganze mit diesen Döschen, also es war jetzt nicht nur noch diese Dose, sondern es gab auch eine Nevea-Dose. Das war halt immer meine Belohnung, wenn ich dann bei Oma war und ich ihr mal ein Stück oder nicht nur Oma, sondern auch Opa, ein Stück aus dieser Schlagzeile der, was weiß ich, Kriegs-, was weiß ich was für Berichte. Es waren auf jeden Fall sehr negative Berichte und auch wenige Verständnisvolle für, ja, für mich war es unverständlich, weil ich da saß und zwar das alles gelesen habe und die Wörter dann zusammengesetzt habe in der Langsamigkeit oder Schnelligkeit meines Kindheitsversuchswissen. Ja, und das mit diesem ganzen Lesen und dem Geld hat dann so viel Aufsicht gehabt, dass ich dann irgendwie keine Lust mehr hatte auf Lesen oder Schreiben und überhaupt aufs Geld auch nicht. Ich meine, ich hatte dann diese Affirmation oder diesen Glaubenssatz, wenn ich jetzt lese, nur durchs Lesen oder Schreiben werde ich sozusagen reich oder bekomme meinen Euro oder meine Mark so oder meinen Pfennig, wofür ich dann vielleicht für die 10 Pfennig oder was weiß ich, was da drin war, vielleicht auch mal 2 Mark an Pfennigen mir vielleicht was Süßes kaufen kann oder was auch immer. Ähm, ja, das Ganze, ich meine, ich habe schon als Kind sozusagen für mein Geld gearbeitet, wenn man das so sehen möchte. Ich habe sozusagen gelesen und dafür Geld verdient, also, und, ähm, möchte dabei sagen, ich habe mich schlecht dabei gefühlt, weil ich habe das dadurch, ähm, abgewehrt und für negativ gestellt. Ich habe das Lesen und Schreiben für mich negativ gestellt und auch das Geld bis heute. Und, da ich mich ja weiterentwickelt habe und doch irgendwann angefangen habe, selbst zu lernen und zu lesen und auch zu rechnen, wie man, wie man halt, ähm, irgendwie Miete bezahlt oder auch überhaupt was, wenn man in den Laden geht und dann sein Essen kauft, trotz alledem hat dieses ganze, ähm, Lesengeldsystem in mir so viel ausgebrochen oder eingebracht, dass ich, äh, irgendwann, ähm, vor irgendeinem Kühlschrank stand, äh, auch wenn der Kühlschrank etwas drin war und gesagt habe, nee, jetzt brauche ich auch nichts mehr essen, weil, ähm, ich habe es ja auch weniger verdient, äh, Geld zu bekommen und das Essen und, äh, irgendwas zu lesen und das zu verstehen. Das war halt mein, meine Gedanken dazu irgendwann, sodass ich vielleicht deswegen, nicht nur deswegen, sondern auch wegen was anderes, ähm, wegen ein bisschen Langeweile in der Schule einfach aufgehört habe zu lernen oder, ja, zu essen sozusagen. Das ging dann zwei Jahre so, ähm, hat auch weniger Leute, also ich meine Familienmitglieder, außer meine Tante hat es mitbekommen, dass ich, äh, irgendwie nicht mehr, ja, dass ich einfach einen anderen Weg gehe und viele Kilos abgenommen habe, also ich meine, von Kleidergröße 44 auf Kleidergröße 32 ist schon etwas krass. Ne? So, und jetzt habe ich mir gedacht, nicht gedacht, sondern ich habe mir jetzt vorgenommen, ich habe diese, diese ganze Sache jetzt in Veränderung gebracht und ich meine, es gab noch andere Sätze, nicht nur andere Sätze, sondern andere Situationen, nicht, ich meine, meine Oma hat dazu beigetragen, dass ich keine Lust mehr auf Dosen-Pennige hatte und meine Mutter, die hat, ja, ich danke auch meine Mutter und meine Oma dafür, dass ich so sparsam bin und dass ich dann diesen Glaubenssatz mir noch eingetrichtert habe irgendwann, der, ich weiß nicht, woher der kommt, aber ich habe dann irgendwann gesagt, so mir, sparsam geht die Welt zugrunde. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, also in dieser jetzigen Zeit denke ich mir, sparsam, ich meine, von nicht, also von keinem Geld, was man nicht mehr auf dem Konto hat oder was man überhaupt nicht in der Hand hat, kann man nicht mehr sparen und auch nicht zugrunde gehen, meiner Meinung. Also, das ist so meine Meinung und mein Empfinden dazu, aber das ist halt in mir. Und dieser Satz, der war auch, diesen Satz, den ich euch gerade gesagt habe, dieses Sparsam geht die Welt zugrunde, der war vorhin auch gerade nicht mehr ganz da mehr. Ich habe da erst mal dran gedacht, so, welcher Satz war es noch, der mich von meinem Reichtum an Geld und meinen Dank an Geldbesitz, für, um Miete zu zahlen, um Versicherung zu zahlen, um mir meinen Kühlschrank mit leckerem Essen zu füllen, dass ich vertrage, dass mein Magen, also dass mein Körper aufnehmen möchte, das verändern, verarbeiten möchte und daraus, ja, Energie schöpfen möchte. So, dazu habe ich dann noch dieses Büchlein in der Hand genommen und habe erst mal nach Magersucht geschaut. Und, ähm, Leute, wirklich, Magersucht ist bei mir gerade out, denn, äh, der Kühlschrank ist nur leer und das ist einfach nur, es hat einfach nur etwas mit Geld zu tun und einer kleinen Dose, die man als Kind bekommen hat und wo man dann einen Glaubenssatz oder Affirmation oder sonstige Sachen im Kopf getrickt hat bekommen hat oder besser gesagt, sich selber sogar aufgesagt hat, wie ich das gerade gesagt habe, Sparsam geht die Welt zugrunde. Also, Anja geht zugrunde, weil sie sparen möchte von etwas, was sie nicht hat, aber ist egal. So, habe ich dann mein Problem Magersucht, weil mein Schatzi sagt mir auch schon jetzt, ich sei ja jetzt magersüchtig und ich soll dann nicht mehr weiter abnehmen, wo ich ja schon 12 Kilo abgenommen habe und ich glaube, wenn ich jetzt auf den Wagen gehe, seit, von gestern bis heute, habe ich bestimmt auch schon ein bisschen was wieder abgenommen, weil, ja, auch wenn ich was im Kühlschrank habe und es gerade wieder oder gerade denke so, ach, ich müsste jetzt noch vier Wochen davon essen, ja, ich müsste das ja sparen, was da noch drin ist, ja. Ja, habe ich gestern wirklich nur ein Smoothie getrunken, dann irgend so einen Burgernsalat so ein bisschen und abends habe ich solche Riegel zwei, drei gegessen, also die habe ich mir dann noch gegönnt und gekauft beim Bioladen und dazu habe ich natürlich etwas Wasser getrunken, aber nach meiner Devise oder nach meinem Kopf, weil ich hatte ja auf einmal Kopfschmerzen, war es doch überhaupt viel zu wenig Wasser und zu wenig Nährnahrung, das natürlich sehr schörde ist, aber naja, so ist es halt, aber jetzt lese ich euch das mal vor. Also Problem Magersucht, wahrscheinlicher Grund, also das ist ja eher weniger mein Grund, weil, naja, egal, weil ich liebe mich natürlich so, wie ich bin, so. Absage an das eigene Leben, extreme Angst, Selbsthass und Selbstablehnung. Hm, hassen tue ich mir auch nicht, ich liebe mich, aber naja, das eine vielleicht, das andere passt, naja. Und dann neue Gedankenmuster. Es ist gut, ich selbst zu sein. Ich bin wunderbar, so wie ich bin. Ich entscheide mich für das Leben. Ich entscheide mich für Freude und Selbstachtung. Ja. Und deswegen achte ich ja darauf oder habe jetzt nicht nur gedacht, ich habe mir gesagt, Leute, ich erzähle euch davon. Und ätherische Öle. Ich mache euch einen Link da rein, diese ätherische Öle habe ich mir von meinem letzten Geld, ich habe mir drei, also einmal, das ist einmal Rosmarin, ja. Orange und Lavendel habe ich mir bestellt und gekauft, ähm, von meinen, also zu Weihnachten, von meinen letzten Geldern, die, und von meinem Wunsch, dass diese, dass diese Öle jetzt endlich mal zu mir kommen und damit ich, damit, ich damit was machen kann, ja. Und damit ich darin war, ich wollte darin baden. Also mir, ich bade gerne in ätherischen Öle. Und, ähm, Rosmarin ist halt auch für kopffrei baden, sozusagen, äh, darin. Also du brauchst, man braucht eigentlich nur ein bis zwei Tropfen davon in ein schönes Badewasser so warm. Du brauchst auch weniger, also ich meine, es gibt auch andere, die baden dann nicht nur in diesen ätherischen Öl, sondern die machen Sahne da rein oder andere, ähm, weitere Öle, so wie, das lese ich euch auch gleich was vor. Aber ihr könnt es dann machen, wie ihr möchtet. Ich habe es so gemacht, dass ich halt zwei Tropfen, mindestens einen Tropfen, weil das ist ja auch ein sehr wertvolles, äh, Öl und auch der Preisklasse ist auch ein bisschen höher. Aber wenn man damit dann arbeitet und was macht, finde ich es sehr wertvoll und ich bin dann sehr dankbar, dass ich dieses Fläschchen habe. Denn, ich meine, ich, man kann nicht nur darin baden, Leute, man kann es sich natürlich auf die Hand machen, ne? Und ich habe, habe ich vorhin schon gemacht, also es ist schon, ich habe so einen Tropfen drauf gemacht und das riecht richtig schön. Ach! Und ich habe mich auch schon ein bisschen beruhigt, es hat schon ein bisschen was losgelöst hier. Ich war nämlich voll, äh, ja noch ein bisschen höher mit bei der Energie und habe nur ein bisschen rumgemotzt und habe, natürlich auch ein bisschen, ich gebe es zu, mit meiner Oma geschimpft, so ein bisschen, und mit meiner Mutter und habe gesagt, naja, okay, alles klar, das ist deren Sache und ich danke ja dafür. Ich meine, ich habe ja auch viel gelernt dadurch. Ich meine, ich habe ja auch, ich meine, ich kann ja jetzt lesen und schreiben, so ein paar Sachen, ne? Also ich meine, wenn ich manche Wörter immer noch nicht ganz, äh, lese richtig oder verstehe, aber, ähm, das, äh, ist schon mal ein Thema, was ich abgehakt habe. Nicht nur mit diesem Buch, sondern mit anderen Büchern auch, aber es ist immer noch mein kleines Lieblingsbuch, ich gebe es zu. Ähm, das andere Thema ist halt dieses mit dem Geld, Leute. Und, äh, ich meine, ich lebe in Überfluss, guck, was ich alles in meiner Wohnung habe, ich habe mir alles, was ich da habe, selbst irgendwie, also es ist immer gekommen, irgendwie, entweder gewünscht, geschenkt oder, ähm, auch selbst gekauft und erspart mit allen, also Mitteln, was, äh, mir da war. Ja, und, äh, im Übrigen, das, was da jetzt drin sind, keine Zennstücke, äh, oder Pfennige, äh, ist aber auch wirklich, das ist die Dose von meiner Oma, das ist wirklich die Dose von meiner Oma, da sind Edelsteine drin, so, ja? So, meine Lieblingssteinchen, so, die ich schon auch als Kind, also ich meine, ich bin mit Edelsteinen auch aufgewachsen, das ist so schön, ne? Äh, das ist so viel dazu. Und jetzt bin ich einfach dabei, mit diesem lieben ätherischen Öl, diesen Glaubenssatz, oder diese Glaubenssätze, Spar, äh, diese Glaubenssätze mit diesem Geld, ja? Äh, sparsam geht die Welt zugrunde und so weiter, das, äh, weiterhin, ähm, ja, im Positiven zu verändern oder aufzulösen. Und, äh, macht mir schon gerade Freude, ich meine, ich, äh, koche mir gleich was Leckeres zu essen, ich gebe es zu und das esse ich dann auch heute, das wird dann mein erstes Essen heute sein, weil ich hab noch nicht mal's gefrühstückt, nur ein bisschen Wasser getrunken und, ja, ich hab auch keinen Hunger mehr, Leute, aber ich meine, wenn man dann vorm Kühlschrank steht und sagt, ach, ich könnte es ja noch sparen bis die nächsten Woche, Wochen, ähm, ist ein bisschen falsch, ich gebe es zu. Aber, äh, aus Fehlern lernt man ja auch, ich meine, man, und eigentlich lebe ich ja jetzt im Hier und Jetzt, so. Und was morgen ist, ja, dann kommt dann was Neues, irgendwann finde ich vielleicht auch noch ein bisschen Gemüse im Garten, oder, äh, ich nehme halt mir, ja, ich meine, ein bisschen, äh, wie heißt es denn nochmal? Löwenzahn kann man ja auch gut essen, aber ich meine, die Zeit ist jetzt noch nicht so ganz reif, ich meine, es ist noch nicht so richtig frühlinghaft und, ich meine, ich denke jetzt in dieser Zeit schmeckt das, äh, dieser Löwenzahn, wenn er jetzt wirklich wachsen würde, etwas komisch oder so. Keine Ahnung, ich habe es ja noch nicht so, ich meine, ich habe es schon probiert, ich habe es auch schon gegessen, aber ich meine, um diese Jahreszeit habe ich es noch nicht probiert und gegessen. So, so viel dazu. Und jetzt komme ich dazu, komme ich, komme ich dazu, ja, zu diesem einen Buch, wo es ein schön, ist es wirklich, ich finde es ein schönes Buch, ich habe es auch übrigens jetzt angefangen, also ich bin jetzt, ähm, ich habe es angefangen, nicht angefangen zu lesen, sondern ich lese es noch, ich bin noch nicht ganz fertig, aber, Leute, ich habe es bis dahin geschafft. Und, ähm, meiner Meinung nach habe ich diesmal keine, ähm, zwei oder vier Jahre gebraucht, um ein Buch zu lesen, aber, naja, jetzt habe ich die Seite verschlagen, das tut mir leid, ich wollte euch ja eigentlich was vom Rosmarin und Kopfbad, so, von diesen, ach, vorlesen. Ja, ich werde es wieder finden, ich habe es, ich habe es früher gehabt, so, la, 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 la ins Breibad springen und mit dem Kopf zuerst, so in der Art. Also, sie hat dann in ihrem Bad auch zwei Tropfen Rosmarinöl, drei Tropfen Pfefferminzöl und fünf Tropfen Melisseöl, ja. So. Das kann man auch machen, wenn man jetzt noch mehrere Öle da hat, ne. Aber ich habe drei Öle da und dieses finde ich halt ganz toll. Und dann noch steht da 20 Milliliter Sahne. Ich habe ja auch gesagt, so für mich, also ich bin ja jetzt vegan und möchte ja nicht in Sahne baden eigentlich. Habe ich mich überlegt oder überlegt, was Kokosnussmilch vielleicht. Naja, aber andererseits, ich habe jetzt keine Sahne da, erstens, zweitens auch keine Kokosnussmilch. Daher nur das ätherische Öl und das reicht ja auch schon, meiner Meinung. Und es ist auch für Druckkopf. Also, wenn du richtig Kopfschmerzen hast, könnte man dieses schöne Bad da nehmen. So. Hätte ich halt gestern nehmen können oder machen können. Aber, das geht bei mir gerade auch nicht. Dann hat sich, die Tante Rosa hat sich nämlich bei mir eingesagt, ist gerade angesagt. Und was ist die Tante Rosa, Leute? Hm. Ja. Da denkt mal drüber nach. Dazu gibt es natürlich auch einige Videos bei mir. Andere sagen dazu auch was anderes. Aber, ähm, ich gehe weniger baden, wenn... Naja, ist egal. So viel dazu. Ich bin jetzt halt fleißig dabei, meine... meinen... Glaubenssatz oder Glaubenssätze mit Rosmarin und... Rosmarinbädern und, ähm, diesen neuen... oder diese neuen Sätze, die ich mir sozusagen durch dieses Büchlein nähe, gebe, ups, zu verändern. Also, ja, ich freue mich schon drauf, dass es einfach irgendwie demnächst klappt und ich das... Und dann kommt der Geldregen! Warte mal, Geld weiß ich nicht. Also, Regen ist das... Regen! 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 Aber wirklich ja Regen! Also, ich meine... Regen... Draußen tut es auch regnen, aber ist egal. Weil ich immer an mein Geldregen glaube. Also, ich meine, ich habe gearbeitet in den letzten Jahren und jedes Mal, wenn ich dann wieder so da stand und der Kühlschrank war leer und ich mal vielleicht meine Chefin oder sonst wen getroffen habe, dann habe ich schon mal gesagt, ich warte auf mein Geldregen! Der kommt in ein paar Tagen! Und, ähm, ja, das hat dann auch immer in der ersten Woche des Monats gereicht. Ich gebe es zu, irgendwie reichte das Geld, dieser Geldregen weniger immer bis zum Ende des Monats. Aber ich habe es ja überlebt. Also, oder überlebe es immer noch. Ähm, also, und es ist jeder, jeden, ähm, selbst zu überlassen, wie er damit umgeht, mit, ähm, Reichtum an Geld oder auch mit diesen Sachen, was ich euch jetzt gerade alles erzählt habe, was so, ähm, sich so ein bisschen zieht von, von der Kindheit bis jetzt, so, äh, wie so ein kleiner Kaugummi. Und, ähm, ich kann auch noch sagen, ich habe mit diesen, ähm, mit dieser, das ist ja kein Problem, ne, also, mit diesen ganzen Glaubenssätzen und diesen, ähm, negativen Geldstimmungen schon, äh, in den letzten Jahren viel gearbeitet mit Familienstellen und Psychokinesologie. Ähm, ich habe dann immer gedacht, ja, jetzt ist es wunderbar, jetzt hat es funktioniert, jetzt, ähm, jetzt, ähm, jetzt, äh, brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Oder, ähm, jetzt geht es aufwärts, auch mit den, ja, mit den Ersparnissen oder wie auch immer. Aber irgendwie, naja, es hat sich halt, also ich sage ja, es zieht sich gerade irgendwie noch mit, so wie, so ein Kaugummi, so ein kleines, also man so zurückfletscht und sagt, ja, jetzt hast du schon wieder ein paar Kilos abgenommen oder, ähm, mal auf dein Konto, es sieht genauso aus wie vorher und, äh, du könntest jetzt den Kühlschrank auch weniger füllen als vorher. Also, aber, ich nehme das mit, äh, Humor etwas, nicht nur mit Humor, sondern, ich glaube, ich hoffe daran, dass sich, äh, dass das auch alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle und dass ich mir was Schönes gönnen kann die nächsten Tagen und Wochen und dass ich, ha, ich meine, ich meine, genau, ich wollte euch die Karten noch zeigen. Wenn ich jetzt schon dabei bin und das Video schon so lang ist, kann ich euch auch die Karten zeigen, die Karte zeigen. Ich habe ja jetzt, ups, bei einem Preisausschreiben oder wegen dir, oder irgendeiner Verlosung, wie auch immer, ja, ich habe was gewonnen, die Karten sind da, und da werde ich auch hinfahren und da gibt es leckere, vegane und vegetarische Küche, Snacks sozusagen und, ähm, das werde ich mir natürlich auch reinziehen, so viel dazu. Äh, und, ähm, seid gespannt. Ich werde auch filmen. Ich gebe es zu. Ich freue mich schon drauf. Ah, jetzt darf ich halt das Geld, also das Geld, ähm, regeln, nicht nur wünschen, sondern ich glaube daran, dass alles kommt und dass ich auch da hinfahren kann, hin und zurück komme, ohne, ja, Probleme. Oder, ja, ich meine, das Problemwörtchen ist auch wieder falsch, aber naja, was soll man dazu sagen? Ich meine, ja, ich fahre einfach dahin, ich komme hin und zurück, alles ist gut, fertig. So viel dazu. Und ich freue mich auch schon, wenn jemand da mitfährt, ähm, ja, ich wünsche mir halt, dass da jemand mitfährt. Naja, die Dame muss jetzt mal gucken, ob sie es frei kriegt. Also drückt mir die Daumen, dass die, die ich mir jetzt gerade ausdenke, dass die auch mitkommt, weil das wird dann richtig lustig, Leute, das wird dann nicht nur lustig, sondern, ach, was nur eine schöne, ich meine, dann bin ich nicht alleine, ich meine, ich habe zwei Karten, und muss sie dann für mich alleine aus, ich meine, ich habe auch schon ein Zimmer bestellt, werde dann in der Jugendherberge schlafen. So, jetzt habe ich schon wieder zu viel geredet. Naja, wen es interessiert, der guckt dort bis zum Ende, und alles andere hört weg, schneidet es raus. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lasst euch einfach gut gehen, und ihr könnt auch gerne über mich, über mich dann, eine Öl, ein ätherisches Öl bestellen, ein, ob Rosmarin, Lavendel, Orange, oder, es gibt halt noch mehr, also ich konnte mir, also ich hatte diese Auswahl, ich meine, diese Auswahl ist so groß, und, ach, ich hätte noch mehr bestellt, aber das Geld, das Geld, das war doch, ja, das hatte mich noch entfernt, von diesen ganzen, aber ich bin schon glücklich, dass ich diese drei Öle habe, und dass ich, in Lavendel habe ich auch schon gebadet, und Rosmarin ist wirklich, auch wirklich toll. Da kannst du auch, ähm, noch viel mehr mitmachen, außer drin baden, aber ich empfehle, äh, oder empfehle nicht nur, sondern, es ist meine, meine Empfehlung, und mein Empfinden, dass es einfach schön ist, in ätherischen Ölen zu baden, oder überhaupt in Ölen, und in, ja, so schöne Bäder, die einen, ja, in Spannung bringen, und so, oh, ich träume gerade von meinem Bart, so, ähm, soviel dazu, ich danke euch fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal, ciao.